Nicht, dass sie irgendwie eine Million hier eingefangen haben. Das ist ein bisschen unlogisch, wie viel. Und dann sind sie alle bewaffnet? Mit Rebellenwaffen? Okay. Also, ich bin der Meinung, sie hätten die alle umgebracht. Und meine Waffe ist gerade geupgradet. So eine viel stärkere. Ach, da soll ich den Kommandopost reinnehmen. Die ist richtig gut, die Waffe. Oh, 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 oh. Kurz vor meinem Nehmen. Und meine Verbündeten können das natürlich nicht, weil die so dämlich sind, ey. Oh, das regt dann so auf. Ich nehme jetzt eine dunkle Truppe. Abgesehen, dass ich die nehmen kann. Hui. Oh, 19 Stück sind wir noch. So unbedingt viele sind das ja nicht. Und die haben den Kommandopost wieder eingenommen. Oh, Mist, jetzt habe ich den mal umgebracht. Aber auch ein paar andere. Jetzt sind wir wieder 33. Einer der Rebellen konnte die Pläne dieser Kampfstation stehlen. Diese Pläne dürfen den Außenposten nicht verlassen. Erledigen Sie diesen Rebellen und bringen Sie die Pläne zu unseren Truppen zurück. Ich kann fliegen, was? Scheiße. Na gut. Ach du krass, wie viele sind hier? Boah. Ich habe mich schon auf der Karte angezeigt. Das ist eine Menge. Die Techniker sind sehr gefährlich. Boah, Mami. Schneiden Sie sie ab. Ja. Schalten Sie den Wookiee-Rout. Perfekt. Ich habe die Pläne. Schnell. Rette mich. Hier lang. Genau hinterläng mit dem A-V. Und bam. Sie wollen uns flankieren. Gut gemacht. Die Pläne sind sichergestellt. Die Gefangenen haben den Waffenkontrollraum erobert. Oh. Sie dürfen die Hauptkanone nicht beschädigen. Das ist heftig. Wie? Jetzt doch da lang? Oh. Uiuiui. Das war knapp. Die haben das hier nicht zerstört. Das ist schon mal gut. Oh Mann. Das ist unser Todesstrahl. Super Sprung. Boah. Ich wollte noch schnell eine Mine werfen. Aber daraus wurde anscheinend nichts. Leider. Aber ich habe ja noch 33 Männer zur Verfügung. Die eh gleich sterben werden. Hätte ich 33 Leben und würde ich... Ach, das wäre ja göttlich. Nimm das. Hä, ich werfe doch hier. Nimm das. Boom. Der scheiß Buki hat überlebt, ey. Was? Was? Wo ist... Boah. Boah. Da. Da ist es. Achten wir auf die ran. Nein. Verdammt. Das sah so gut aus. Hm. Geil, ich kann's ja noch schaffen. Okay, zack. Uah! Es wird immer so knapp, wenn ich hier rüberfliege. Was machst du da? Bist du dumm? Hier, Headshot. Minen. Nur der Wookie hat mal wieder überlebt. Ja. Dieses Mal sieht's sehr gut aus. Oh, da kommt wieder eine Wookie. Oh mir, ey. Zäumen sie doch. Naja, eigentlich ist es doch egal oder nicht. Geben wir die Information nicht. Sollen sie doch in kommen. Diese paar. Verbellen, halt. So, dass wir auf unsere Seite winken. Ziehen Sie besser. Hm. Scheiß Rebelle, ey. Ich hab nur noch zwei Minuten Zeit. Das ist nicht gut. Du-du-du-du. Wo bin ich denn hier? Ach, hier bin ich. Schnell da. Los, 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 los. Komm mit. Kacke, kacke, kacke. Noch ein Minuten 57. Los, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Zack, 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 zack. Oh mein Gott, ich schaff's nicht. Was muss ich ihn überhaupt zerstören? Oh, ein Landungsschiff. Ich glaub's nicht, hätte das mir nicht einer vorher sagen können. Scheiße, das wird knapp. Uh. Ich weiß nicht, ob ich gewinnen kann. Na, gewinnen kann ich schon, aber ob ich's dann noch schaffe, weiß nicht. Ach, jetzt ist hier ein Kommandoposten. Na dann. Da sieht das schon viel besser aus, ne? So. Bumm. Hm. Achten Sie auf die Schrauben. Lecker. Und das hier. Bäh. Und das. Und das. Lad schneller nach. Nur noch eine Minute. Etwas über, jetzt nur noch eine Minute. Und ich hab nur noch 13 Teammitglieder. Los, nach. Lad nach, bitte, 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 bitte. Was ist hier? Ja. Geschafft. Niemand entkommt vom Todesstern. Hu-oh. Das ist ein Jedi im Kai-Hangar. Er ist der Ursprung dieser Rebellion. Vernichten Sie nicht los. Okay, er ist tot. Er ist in mein Mühne gerannt. Der Rebellen-Anführer wurde getötet. Unsere Verstärkung kann jetzt übernehmen. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Gut gemacht. Lord Vader wird mit ihren Leistungen sehr zufrieden sein. Okay, anscheinend ist der Jedi gekommen. Hat die befreit. Aber was ich nicht verstehe, das waren ja... Sowas von viele Rebellen, also... Dann auch noch in ihren Anzügen. Na gut. Die waren nicht verdreckt. Hä? Nach dem peinlichen Geh... Ja, peinlich war das für die... Für das Imperium. Aber eigentlich auch peinlich von den Rebellen. Sie haben einen Angriff gestartet und am Ende waren sie die Verlierer. Okay. Nächster Kampfeinsatz. Ach, Polis Massa. Das weiß ich. Ich weiß, wie es aussah. Ich weiß auch, wenn ich rausgehe, bin ich tot. Obwohl... Doch, ich glaube sogar Imperium auch. Kuswar... Konnte da überleben. Das weiß ich. Okay, jetzt wird's spannend. Polis Massa.